Servus Leute, was geht? Und willkommen bei anderen Mieten. Freunde, er erzählt jetzt. Friends, wie die einen oder anderen das in meiner Instagram- oder Snapchat-Story gesehen haben, habe ich vom Auto Weber einen sehr, sehr schönen Audi RS3 bekommen, den ich jetzt erstmal rumfahren darf, testen darf. Vielen, vielen Dank an Auto Weber, die mir den RS3 zur Verfügung gestellt haben. Aber bevor wir gleich zum Carporn kommen, wie viel er fährt, wie schnell er ist, dazu kommen wir gleich alles. Ich wollte euch noch kurz was anderes zeigen. Und zwar, Leute, kennen ja die einen oder anderen vielleicht noch meinen Greenscreen-Garten. Erinnert ihr euch daran, Freunde? Ich wollte euch kurz zeigen, was daraus passiert ist. Hier ist gerade eine komplette Baustelle. Die, die mir auf Instagram folgen, wissen über alles Bescheid. Aber für die anderen wollte ich euch das nochmal kurz zeigen. Das war's, der Garten ist weg. Hier bauen wir gerade ein Haus, Leute. Das ist auch schon so gut wie fertig. Und hier haben wir unseren Star-Leute. Was geht da? Servus, Leute. Mama, mal gucken, wie sie reagieren wird, wenn ich ihr gleich auf der Schnellstraße Gas gebe. Sie ahnt noch von nichts, Freunde. Sie ahnt noch von gar nichts. Ciao, Leute. Mach. Perfekt. Hier geht's schon mal gut, Leute. Leute, Leute, bitte. Kamilo, wenn du dich wiederholst, dann kommst du dir. Aber ich will nicht. da ist ein Schnellstraße. Hier kommt noch ein Verb? Hier ist ein Schöpfung. Hier ist ein Schnellstraße. Hier kommt auf ein Schnellstraße. Hier kommt ein Schnellstraße. Hier kommt ein Schnellstraße. Hier ist es Schnellstraße. Ich bin ja einein. Ciao! Alles klar, naja! Ciao! Leut, hier ist es schwindelig geworden. Ich höre auf damit. Es ist zu schnell. Auf meine Mauer. Vor allem wie etwas gechillter. Ich will aber nicht mehr. Ja, ich will aber nicht mehr machen. Das war jetzt die kurze Runde mit meiner Mutter, die Arm hat fast einen Herzinfarkt bekommen und ja Das war jetzt das, was ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin Bis zum nächsten Mal. 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 Und dann nochmal vielen, vielen Dank an Auto Weber, dass sie mir diesen RS3 zur Verfügung gestellt haben. Leute, dieser Wagen macht so viel Spaß. Der Hubraum vom Wagen beträgt 2480. Das heißt, ich könnte mich hinten im Kofferraum nochmal verstecken. Da würde ich einmal ganz locker reinpassen. Das Auto ist auch gerade mal 3400, 3500 Kilometer gefahren. Also der Wagen hat wirklich echt mega Power, Leute. Ey, das macht so Spaß, wirklich, das macht so Spaß, Leute. Der ist am Brüllen, Leute. Der Tiger ist am Brüllen. Der Tiger ist am Brüllen. Ich habe diesen Wagen jetzt schon vier Tage ungefähr gehabt. Mir vier Tage damit rumgefahren, hat ein paar Kollegen abgeholt. In diesen vier Tagen, wo ich das Auto bis jetzt hatte und damit rumgefahren bin, muss ich wirklich sagen, ich habe mich in dieses Auto hier verliebt, Leute. Auch vom Fahrstil muss ich sagen, der hier macht mir um einiges mehr Spaß als der Mercedes. Ja, Freunde, das war der Carpon. Ich hoffe, der Carpon hat euch gefallen. Lasst es mich doch mal unten in den Comments wissen. Wenn ihr Bock auf weitere solche Formate habt, dass ich euch immer einen neuen Wagen präsentiere. Fürs nächste Mal hole ich mir dann noch eine Drohne etc. ran, damit wir noch einen geileren Carpon drehen, als wir es jetzt gemacht haben. Und wenn ihr Bock auf so ein Format habt, dass ich euch ein Auto vorstelle, lasst es mich doch in den Comments wissen. Ich habe richtig Bock da drauf. Und das hier war der Beginn, Freunde. Ich habe richtig Lust auf so ein Format, wo ich euch immer neue Autos vorstelle, euch präsentiere, mit den Autos rumfahre, vielleicht dann immer die ein oder anderen Kollegen abhole, hier einen Carpool mache. Und der Sound vom Auto ist brachial. Der Sound ist so nice, Leute. So, Freunde, wir haben jetzt den Alex abgeholt. Alex ist hier am Start. Wie viel PS hat der? 370, ne? 400. 400? 400. 400. 400. Oh, oh, krass. Der geht schon gut ab, ey. Leute, bei uns ist ja hier Tönnies, ein riesen, riesen Fleischfirma-Konzern mit einer der größten sogar. Größter in Europa. Ja, größter in Europa. Und in einem Tag wurden 600 Corona-Infizierte jetzt festgestellt. Laden erst mal dicht gemacht und mal gucken, wie viele jetzt im Laufe der Tage herauskommen. Und Schulen und so sind hier wieder komplett zu. Kommt jetzt wieder zu? Ja, pass auf, Digga. Ist gut, Digga, hör auf. Hör auf, hör auf, Digga. Oh, nein, ich fass mich. Und wie fandst du es? Schon gut, also geht schon gut ab, aber ich muss es jetzt nicht nochmal erleben hier, also ehrlich nicht. Willst du dich nochmal erleben? Nein, nein. Geiles Auto, wünsche dir auch ganz viel Spaß damit. Danke, Robo. Oh, ey. Ich bin krank, Alter. Ja, ich bin jetzt zum ersten Mal da und ich bin halt aufgeregt. Okay, gib mal an, wie schnell wir fahren können. Willst du angeben? Ja. Also Leute, mir wirklich einfach so schlecht. Na, rechts in der Stadt wohnen. Oh, nee. Alter, Alter, Alter. Nicht mehr angeben, nicht mehr angeben. So, Leute, erstmal eine kleine Runde hier mit den Jungs hier gedreht und ich fahre jetzt wieder zurück nach Hause. Dann können die weiterspielen und ich fahre danach erstmal zur Tankstelle und sehen uns dann später wieder, Freunde. Ah, ja. Ah, ja. Ah, lang, gruzie gehen raus. Untertitel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017